Willkommen zurück hier bei BILD LIVE und wir beginnen mit einer wirklichen Hammer-Meldung. Und die kommt vom Bundesrechnungshof. Der Plan von Finanzminister Christian Lindner, das 200 Milliarden Euro schwere Entlastungspaket über ein Sondervermögen zu finanzieren, der sei nicht mit dem Grundgesetz vereinbar, heißt es da. Die Forderung der Haushaltshüter, der Schutzschirm sollte unmittelbar aus dem Bundeshaushalt finanziert werden, heißt Schluss mit versteckten Schattenhaushalten und bereits 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr. Die wurden ja bereits an dem regulären Haushalt vorbeifinanziert. Ist das Entlastungspaket damit gescheitert, sprechen wir mit BILD-Politik-Chef Jan Schäfer. Jan, was bedeutet das jetzt genau für den Schutzschirm von 200 Milliarden Euro? Gehen wir einmal nochmal an diesen Schutzschirm ran. Das ist ein Schutzschirm, der aufgespannt wurde oder Abwehrschirm, so hat ihn Olaf Scholz genannt, im Volumen von 200 Milliarden. Aus diesem Abwehrschirm soll ja unter anderem die Gaspreisbremse finanziert werden. Es soll aus diesem Schirm auch Geld in die Hand genommen werden, um beispielsweise Firmenversorger, die jetzt in Not geraten, staatlich aufzufangen, wie wir es beispielsweise bei der Firma Juniper gesehen haben. So, und was sagt der Bundesrechnungshof jetzt? Der Bundesrechnungshof sagt, das ist nicht erlaubt, was du machst, Christian Lindner. Denn diese 200 Milliarden, die nimmt er aus dem Haushalt, beziehungsweise nimmt dieses Geld und stellt es quasi neben den Haushalt, um nicht nur in diesem Jahr daraus Dinge zu bezahlen, sondern auch in den Jahren 23 und 24. Und das sagt der Bundesrechnungshof, das ist immerhin die wichtigste Finanzbehörde, die wir in Deutschland haben. Das ist nicht erlaubt und genau das verstößt gegen das Grundgesetz. Was heißt das denn bei jetzt konkret für die Menschen, die eigentlich entlastet werden sollen? Müssen die sich jetzt Sorgen machen, dass dieses Paket gescheitert ist oder dass es dann erst irgendwo in Jahren aufgelegt wird? Oder kann man sagen, nee, nee, das ist jetzt nur ein Zeigefinger, dran halten muss er sich eigentlich nicht? Ja, es ist ein erhobener Zeigefinger, es ist eine, wie wir sagen würden, vielleicht eine tief, tief, tief gelbe Karte. Denn eine rote Karte gegenüber dem Finanzminister kann der Rechnungshof eigentlich nicht aussprechen. Also er kann den Finanzminister nicht vom Platz stellen, aber es ist eine tief, tief gelbe Karte, ein echt erhobener Zeigefinger, der eigentlich sagt, das, was du hier machst, lieber Finanzminister, das ist nicht rechtens. Es wird auch kritisiert, dass die Intransparenz, also diese Undurchsichtigkeit, wo Gelder hinfließen, aus einem Haushalt damit noch gefördert wird. Und was der Rechnungshof eigentlich möchte ist, und das kann man, glaube ich, auch sehr gut nachvollziehen, der sagt, in jedem Jahr, in dem Geld beansprucht wird für die Gastpreisbremse, soll das aus dem laufenden Haushalt bezahlt werden. Das ist natürlich schwierig, weil Christian Lindner gerne im nächsten Jahr diese sogenannte Schuldenbremse einhalten möchte, deswegen nur wahrscheinlich rund 17 Milliarden Euro neue Schulden machen kann. Aber da würden die 200 Milliarden irgendwie nicht reinpassen oder zumindest ein Teil davon. So, das heißt, man hat sich diesen Trick überlegt zu sagen, ach, das machen wir nicht nächstes Jahr. Wir nehmen uns schon dieses Jahr das ganze Geld, denn in diesem Jahr gilt die Schuldenbremse nicht, sie ist ausgesetzt. Also, so hat man gesagt, wir machen das Sondervermögen Bundeswehr, wir machen nochmal diesen Extra-Fonds, kommen auf über 300 Milliarden insgesamt, schön neben dem Haushalt und machen das alles jetzt um die Schuldenbremse im nächsten Jahr. Ja, wieder einhalten zu können. Also, es sind Finanztricks und die werden heftig kritisiert. Was wird Christian Lindner jetzt machen? Was glaubst du, wird er jetzt einfach die Füße stillhalten und erstmal abwarten und Tee trinken? Oder sieht er sich jetzt tatsächlich auch gezwungen, irgendwie zu handeln und das jetzt anders zu lösen? Mutmaßlich wird er erstmal so weitermachen. Die Bundesregierung wird sich davon relativ wenig beeindrucken lassen. Wir haben das ja auch gesehen, der Bundesrechnungshof legt ja mittlerweile häufiger den Finger an die Wunde. Vor einigen Tagen in einem Gutachten zum Thema Bürgergeld, also die Bundesregierung kriegt es da ganz schön knüppeldicke von den obersten Prüfern. Es gibt noch ein Verfahren beim Bundesverfassungsgericht, das ist jetzt kompliziert, ich mache es ganz einfach. Da geht es auch um dieses Thema Haushaltsschulden und das geht auch um die Ampelregierung Christian Lindner. Und zwar im letzten Jahr hat die Bundesregierung aus dem Fonds für Corona-Gelder Geld rübergenommen, um das jetzt in den Klimaschutzfonds zu stecken. Und da gibt es ein Urteil beim Bundesverfassungsgericht oder bis jetzt ein Verfahren. Und es wird von einigen erwartet, dass die neue Rüge des Rechnungshofes eher schlecht für Christian Lindner ist in Bezug auf dieses Verfahren. Also sein Ruf als Finanzminister, der die Finanzen richtig im Griff hat und der dafür sorgt, dass keine neuen Schulden gemacht werden, der leidet massiv auch mit diesem neuen Gutachten. Und das bereits noch nicht mal nach einem Jahr. Dankeschön, Jan Schäfer, für deine Einschätzung. Dankeschön.